Wie zu Beginn Lauf Lauf hat so viele Vorteile, es ist stressentlastet, stärkt die Muskeln und macht Ihren Körper schlank. Es ist harte Arbeit auf den ersten, aber nach ein paar Wochen Ihren Körper findet seinen Rhythmus und Sie beginnen, das Gefühl freilaufen zu sehnen. Jokeln starten Sie Ihre Ausdauer mit ein wenig Ausdauer und harte Arbeit in kürzester Zeit einsatzbereit und aufbauen. Teil 1 Aussteigen ist Gehen Sie nach draußen und laufen. Jetzt Der beste Weg, anfangen zu laufen ist einfach auf einem Paar Laufschuhe zu setzen und das Pflaster, Schmutz oder Gras schlagen. Die Bewegung des Laufens wird zunächst, wie Muskeln ein seltsames Gefühl, die normalerweise nicht viel Feder in peinlicher Aktion erhalten haben. Das ist normal. Führen Sie bis die Beine brennen und Ihre Brust bebt, für echte Anfänge, tritt die in der Regel nach etwa 15 Minuten. Wenn Sie gerade erst anfangen, brauchen Sie keine Lustlaufschuhe. Ein altes Paar Turnschuhe tun wird. Sobald Sie wissen, dass Sie den Sport fortsetzen möchten, können Sie aktualisieren. Führen Sie in bequeme Kleidung. Setzen Sie auf Turnhose, ein T-Shirt und ein Sport-BH, wenn nötig. Sie nichts zu einschnürenden Tragen. Führen Sie an jedem Ort, Ihre Nachbarschaft, in einem Park, nach oben und unten Ihre Einfahrt, auf dem lokalen Spur an einer Schule. Eines der besten Dinge über als Sport läuft, ist, dass Männer es fast überall tun können, und Sie sind nicht zu einer Turnhalle gekettet. Verwende Sie gute Form. Versuchen Sie, Ihren Körper zu lösen und nach vorne in einer Art und Weise zu bewegen, die natürlich anfühlt. Pumpen Sie Ihre Arme, bequeme Schritte nehmen, stehen aufrecht mit einer leicht nach vorne lehnen, und wählen Sie Ihre Füße hoch über dem Boden, so dass Sie nicht über eine Zehe in einem Riss in dem Bürgersteig zu fangen. Apropos Zehen, dann ist es am besten, mehr auf der Zehe oder vor dem Fuß zu laufen, an der Ferse laufen wird Ihre Chance auf Schienbein erhöhen. Jeder Läufer hat eine etwas andere Gangart, da jeder Körper anders ist, so herauszufinden, was für Sie arbeitet. Vermeiden Sie Prellen und Versuchen, leise, um zu langen Stress auf die Knie und andere Gelenke zu reduzieren. Finden Sie Ihren Schritt. Jüngste Erkenntnisse ans Licht gekommen, dass Ihr Fußaufsatz ein natürliches Vorkommen ist, die nicht geändert werden sollten. Das gesagt wird, desto schneller die Mäh nach vorne auf dem Fuß Ihr Streik laufen wird. Entspannen Sie Ihren Oberkörper. Halten Sie sich steif beeinträchtigt die Mobilität und macht sie langsamer Laufen. Halten Sie Ihr Gewicht zentriert und die Schultern in einer entspannten Position, mit gebeugten Armen bei 90 Grad. Atmen Atmen Sie auf natürliche Weise oder konzentrieren sich auf eine Atemtechnik. Einige argumentieren, dass die beste Atemtechnik Sauerstoff durch die Nase einatmet, vollständig in die Lungen erweitert, und ausatmen durch einen weit gefneten Mund. Ihre Nase ist ein guter Filter für Luft, vor allem während im freien Laufen, die Sie versehentlich schlucken Bugs verhindert. Ausatmen durch den Mund können Sie Ihren Körper mit weniger Aufwand loswerden mehr Kohlendioxid und Wärme zu erhalten. Dehnen Sie, wenn Sie nach Hause kommen. Obwohl die Vorteile und oder Nachteile zu Stretching vor einem Lauf umstritten sind, gibt es wenig Streit über die Vorteile der am Ende jedes Trainings Stretching. Machen Sie es sich jede Muskelgruppe, hält jede Dehnung für mindestens 15 bis 20 Sekunden. Die wichtigsten Muskeln zu dehnen sind Ihre Beinmuskulatur. Stehen ein paar Meter von einer Wand und lehnen Sie sich in die Wand näher an der, sodass Sie das Gefühl, die Wadenmuskeln gedennt werden. Wählen Sie eine Seite dann die andere. Beugen Sie die Knie und heben Sie den Fuß, bis sie den Fuß wieder nach oben in der Nähe von Ihrem Hintern ist. Halten Sie diesen Fuß mit der Hand und bringen es auf den Hintern ganz nah. Sie sollten entlang der Vorderseite des Oberschenkels eine Dehnung spüren. Zwarb Seiten Alternativ können Sie nach vorne und Lorge in den Vorderen Fuß Schritt, Ihre Knie hinter Ihre Zehen zu halten, bis Sie die Dehnung im Oberschenkel spüren. Dies wird Ihre Knie zu speichern, anstatt unnatürlicher Stress setzen auf die Sehnen und Bande um das Knie, die zukünftige Schäden führen könnte. Stehend in der Nähe von einem Tisch oder einer Zaunschiene, bei etwa Hüfthöhe, versuchen, den Fuß auf den Tisch oder Zaunschiene zu setzen. Nun versuchen Sie Ihr Bein zu begradigen. Sie sollten eine Strecke entlang der Rückseite des Beines spüren. Zwarb Seiten Teil 2 starten eine Routine Führen Sie mindestens drei Tage pro Woche. Dies ist, wie Sie Ausdauer bauen, einmal pro Woche ausgeführt wird nicht schneiden. Rücke die Tage Erholungszeit zwischen den Sitzungen zu ermöglichen Alles, was mehr über Fitness geht und in für andere Zwecke einsetzen, was Sie sich vielleicht durch den laufenden Fehler, wenn gebissen zu tun. Führen Sie Regen oder Sonnenschein, bei kaltem Wetter und heiß. Nur sicher sein, passend für das Wetter zu kleiden. Bleiben hydratisiert und essen Licht vor dem Laufen. Gute Faustregel 200-300 Kalorien zu essen, etwa 1,5 Stunden vor dem Lauf. Versuchen Sie, die Musik während des Laufs zu hören. Laufen zum Beat wird Ihnen helfen, ein gesundes Tempo beizubehalten. In Zeit und Distanz Im Laufe der Wochen gehen, schieben Sie sich weiter zu laufen und über einen längeren Zeitraum. Wenn Sie 10 Minuten lief die erste Woche zu einer Zeit, drücken Sie sich 15 in der zweiten Woche zu Ton. Machen Sie es 20 in die dritte Woche. Sie werden bald feststellen, dass Sie viel mehr zu gehen, sind in der Lage, bevor Sie das Gefühl, sie zu stoppen. Zum Aufbau Ausdauer, versuchen Sie diese Strategien. Mach dir keine Sorgen über die Geschwindigkeit auf den ersten. In der Tat, sollten Sie wirklich langsamer laufen, als Sie denken, Sie sollten. Sie sind nicht ein Rennen noch läuft, Sie Ihr Fitnesslevel zu erhöhen. Vorerst konzentrieren sich auf die Zeit allmählich abnimmt oder zunimmt, die Strecke, der Sie laufen. Das Rennen kann später kommen, wenn Sie wählen. Abklein ist wichtig, um die Gewohnheit des Laufens zu entwickeln. Alternative laufen und gehen Anstatt Ihre Trainingseinheit zu stoppen, wenn Sie das Gefühl, sie zu stoppen, für ein paar Minuten zu Fuß, dann wieder geschaltet. Wiederholen Sie über einen Zeitraum von 30 oder 40 Minuten. Nächstes Mal, wenn Sie laufen, Erhöhung des Verhältnisses von im gleichen 30 oder 40 Minuten lang zu Fuß zu laufen. Schließlich auf den Punkt kommen, wo man die ganze Zeit laufen lassen. Sprints Laufen so schnell wie möglich für eine kurze Zeit baut Ihre Muskeln und hilft Ihnen, Ausdauer zu gewinnen. Mixen Sie Ihre langen laufenden Sitzungen mit Sprintentage. Verwenden Sie eine Stoppuhr, sich auf die Zeit. Beginnen Sie, indem so schnell wie Sie sprinten kann für eine Viertelmeile, tun Sie dies vier-sechsmal. Bei Ihrem nächsten Sprintentag, versuchen Sie zum ersten Mal zu schlagen. Fügen Sie weitere Viertel, wie Sie Ausdauer und Kraft gewinnen. Machen Sie es sich bequem. Finden Sie Ortschaften laufen in der Nähe von zu Hause, Arbeit und oder in der Schule. Schedule Training, wenn Sie am wenigsten wahrscheinlich am Morgen wie früher oder von der Arbeit nach Hause auf dem Weg unterbrochen werden. Seien Sie bereit für Veränderungen in den Plänen, die durch irgendeinen Gang mit Ihnen, wenn bei der Arbeit oder in der Schule tragen. Auf diese Weise, wenn der Verkehr ist schrecklich, können Sie für einen Lauf gehen, bis der Verkehr ausdünnt. Sie nicht zu schnell aufgeben. Nach ein paar Durchläufe, könnte man geneigt sein, Sie zu denken, werden ausgeschnitten nicht zum Laufen. Sie werden an sich selbst denken, sollte dies nicht mehr Spaß machen jetzt? Warum dauert es so weh? Mach einfach weiter. Sagen Sie sich, Sie geben es mindestens zwei Wochen, bevor Sie in das Handtuch werfen. Nach ein paar Wochen von Selbstdrängen durch eine laufende Routine folgenden beginnen Sie fühlen sich leichter, schneller, und Sie werden beginnen, mehr Spaß zu haben. Schließlich werden Sie feststellen, Sie nicht einen Lauf zu verpassen. Teil 3 Advancing bis Mittelstufe Erhalten Sie ein paar gute Laufschuhe. Wenn Sie ernsthaft über diese Laufensache sind, ist es eine gute Idee zu haben, sich in einem laufenden Speicher ausgerüstet, wie Sie verschiedene Schuhe für verschiedene Arten von Füßen ausgelegt sind. Der richtige Schuh für eine Person ist der falsche Schuh für eine andere und können zu Verletzungen führen. Ein guter Laufladen können testen Sie sicher, dass Sie den richtigen Schuh bekommen zu machen. Es ist eine gute Idee, entlang einer gebrauchten Paar Schuhe zu bringen, wie das Abnutzungsmuster die Pronation der Füße bestimmen helfen können. Identifizieren von Pronation wird Ihnen helfen, die richtigen Schuhe wählen Sie Ihren Fußarzt zu unterstützen. Die Person helfen, können Sie ein altes Paar Schuhe verwenden, um festzustellen, wo sie am meisten Druck auf die Füße gestellt, und kann helfen, das Däschen zu finden, das die meisten Verletzungen zu minimieren. Ihre typische Sportgeschäft hat nicht die Kompetenz, die Sie in den richtigen Schuh zu bekommen. 1. Eine Laufgruppe Laufen mit anderen erfahrenen Läufer haben Sie die Möglichkeit geben Feedback zu Ihrer Form zu bekommen, und die Motivation dabei zu bleiben, bieten. Sie können für Erholungszwecke rennen zusammen oder einfach nur laufen laufen. Sie werden ausgeführt speichert Informationen über lokale Laufgruppen. Tipps Hören Sie nicht auf Musik, während Sie laufen. Songs haben ihre eigenen stetigen Tempo und das ist nicht das Tempo, die Ihr Körper für gemacht wurde. Während es angenehm ist, wollen Sie mit Ihrem eigenen natürlichen Tempo zu laufen. Wenn Sie in einer geraden Linie laufen, ist Ihr Ziel in Sicht zu bekommen und sich mental joggen dort vorher. Versuchen Sie, Ihre Freunde rennen, während Sie in der Schule sind.